Hier haben wir den Kreisel im Großen, und hier ist die Information Touristica von Torrelimus. Da kann man sich alle Informationen, was es gibt mit Ausflügen, Wassersport, vom Stierkampf, über alles was man hier machen kann, kann man sich hier Informationen haben. Hier haben wir den Kreisel, und hier vorne ist der Melian Hotel, und wir gehen dann direkt oben in die Stadt, bis Melian Costa del Zoo.